Was geht ab Leute, Sane ist wieder da. Ja, lange Zeit war es jetzt still um meinen zwei Kanäle Just Insane und Facefall TV und ich wollte euch mit diesem Video einfach mal erklären, warum das so war und wieso es sich jetzt in nächster Zeit wieder ändern wird. Ja, es ist leider vorgekommen, dass vor so circa drei bis vier Wochen es einen kleinen Umbruch privat in meinem Leben gab. Es ist auch immer noch nicht vorbei, also ich muss jetzt immer noch zwei Wochen bangen, zittern, hoffen und ja, ich möchte jetzt nicht so genau ins Detail gehen, worum es jetzt eigentlich geht, aber da ist es ein bisschen schwierig halt zu beschreiben, aber auf jeden Fall könnte es sich ja so verhalten, dass sich in meinem Leben drastisch was ändert und ja, die letzten Wochen waren dadurch einfach bedingt sehr, sehr schwer, sehr, 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 sehr viel Trauer mit dabei und ich hatte einfach keinen Kopf, keine Lust, in irgendeiner Form Videos rauszubringen, seien es Let's Play, seien es One Piece Videos, ich hatte in meinem Kopf die ganze Zeit einfach andere Dinge, um die ich mich kümmern musste und ja, wie gesagt, noch ist es nicht vorbei, zwei Wochen muss ich jetzt noch wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich zittern und danach wird sich alles, ähm, ja, geregelt haben, zum Guten oder zum Schlechten, wir wissen noch nicht, wie es wirklich ausgeht. Ähm, ich habe mich aber dazu entschieden, einfach jetzt wieder Videos rauszubringen, es macht für mich jetzt keinen Sinn mehr, einfach nur da zu sitzen, nichts zu tun, einfach nur im Mitleid schwelgen, traurig sein und mit meinen Gedanken sonst wo hingehen. Ähm, auf der einen Seite ist es einfach nicht fair, euch gegenüber, ihr habt mich lange, lange Jahre jetzt unterstützt und dir kann es halt nicht einfach sein, dass ich jetzt einfach sage, hey, stopp, ich kann einfach nicht mehr. Und zum anderen ist es auch einfach gut für mich, es ist einfach Ablenkung, ich komme einfach auf andere Gedanken und da ich jetzt also so zwei Wochen Urlaub habe von der Arbeit und in der Zeit natürlich sehr viel Zeit zum Nachdenken habe und das, ja, sehr, sehr viel Zeit zum Trauern wäre in dem Fall, habe ich mir gedacht, komm, schmeißt wieder Videos raus, spielst wieder Spiele, machst deine One Piece Theorien, kommst einfach auf andere Gedanken, und dann gehen diese zwei Wochen schneller vorbei und du weißt letzten Endes dann, was Sache ist. Wie gesagt, ob es sich gut wenden wird für mich oder schlecht wenden wird für mich, das ist wiederum ein anderes Thema, aber, ja, ich wollte euch einfach mal ein kleines Update-Video geben, warum ich jetzt so lange weg war, ohne in irgendeiner Form, weder auf Facebook, noch auf Twitter, noch auf YouTube, irgendwie was zu sagen. Ich hoffe, ihr könnt es auf jeden Fall verstehen und wir werden dieses Jahr rocken, denn ich habe mir zum Ziel genommen, ich möchte am Ende dieses Jahres, zum 31.12. meine 1000 Abonnenten schaffen und das schaffe ich natürlich nur mit eurer Hilfe. Puh, je. Ja, entschuldigt auch bei den nächsten Videos, wenn die alle ein bisschen nasal klingen werden. Zu allem Überfluss hat mich jetzt auch noch die Grippe erwischt mit Husten, Schnupfen und allem Pipapo drum und rum. Bin auch schon fleißig am Tee schlürfen und ich hasse Tee. Ich hasse alle Sorten von warmen Getränken. Naja. Ja gut, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe, ihr könnt mir natürlich verzeihen. Ich finde es auch schon ganz klasse, dass ich keinen einzigen Abonnenten derzeit verloren habe. Also danke dafür und am Morgen wird sicherlich das erste neue Video kommen, beziehungsweise morgen oder übermorgen. Und ja, ich hoffe einfach, dass alles gut wird und natürlich, dass wir unser Ziel auf YouTube erreichen. Und ja, was soll ich sagen, wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.